nächste runde letzte runde habe ich mit liming gewonnen assassin assassin specialist der map müsste ich eigentlich pushen no matter what push 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 no matter what der gerade gegen mich gespielt dieses reich braucht nein sieg den verlassenen der tag der abdechnung ist nah voll steht voll steht die 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 wir mal platin 2 falls das that's fair soll das denn hoffentlich sind's ral und liming die übelsten bobs ich hab's verdient mal zu gewinnen ernsthaft? wie ich auf den sack gekriegt hab und wie ich abgestiegen bin mit random bobs nicht mehr feierlich gut luck have fun es wurde eine erhebliche berühmung auf sie ausgeschnitten so müssen sie kommen in WGFs ein Juchu rückkehr zu normalen schlachtfeldbedingungen lokale kampagnen beginnen 3 assassins ganz schön gefährlich für mich hier ja man hier 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 Was ist der Torre? Feet! Sie können jetzt die Sprengköpfe in Besitz nehmen. Feet Nummer 2. 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 Feet Nummer 2.